Juhu! Wir beide Pässe verloren! Das wird bestimmt super! Und darf ich bitten? Übernimm dich nicht! Ach Quatsch! Vorsicht! Pass doch aus! So! Gut! So habe ich mir das vorgelegt! Hab ich mir das nicht vorgelegt! Na komm, heutzutage! Dann müssen wir mal fahren! Wow! Frische Himbeeren! Oh Mann! Frischen Erdbeer-Schick! Und? Die Hörkräfte! Mitbewohnerin, die was auch immer im Griff! Und Konstantin und Andi natürlich! Oh Gott, die Armen! Jetzt fehlen nur noch Muffins! Das ist nur Limits! Bleibt heute zu! Na, zeigt er sein wahres Gesicht! Noch gerade mal 24 Stunden Ehe! Apropos! Ehe-Vertrag! Bitte? Na was? Eine kleine Umarmung und einen Kurs jeden Tag, wird er wohl drin sein? Nee, 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 nee! Da möchte ich auf jeden Fall noch eine tägliche Massage einfügen! Ha! Mh! 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 Mit dieser weißen Schokolade drauf, der ist echt gut! Mh! Es kommen bestimmt noch Leute! Mh! Guck mal, gleich ist Mittagspause und dann... Oh, warte mal! Ich bin gleich wieder da! Hey! Was machst du denn hier? Also, eigentlich wollte ich... Was ist das hier alles? Das ist es ja gerade, also... Ich dachte, ihr freut euch, wenn ich euch einen Tag den Laden schmeiße, aber... Ich habe ein paar Muffins bestellt und irgendwie kommt keiner vorbei! Ja! Woran das vorliegen könnte! Wenn ich das wüsste! Nein! Boah! Zu doof zum Kaffee kochen? Ja! Dein Talent liegt wohl eher im Steine und Schätze ausbuddeln, aber... Vielen Dank für das schöne Frühstück und diese äußerst genühe Geste! Morgen! Muffins! Oh, wie geil ist das denn?! Muffins! Oh, wie geil ist das denn?! Muffins! Oh, wie geil ist es? Dann war's mit mir... Hh сторону... wo´ ich garMass... ... Hh. W H. W h. Untertitelung des ZDF, 2020